Lalalala, willkommen zurück Freunde zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac, wie geht's euch? Heute spielen wir wieder mit jemand randommäßiges und hoffen, warte ich muss ins Spiel reintippen, zack, ähm, und hoffen mal, dass wir nicht, äh, Assel bekommen. Oh, oder hoffen wir, dass Assel bekommt, umgekehrte Psychologie, wir bekommen nicht Isaac, nicht Isaac, nicht Isaac, Maggie, okay, Maggie, oh, 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 Gott. Maggie ist schon eine dumme Kuh. Gott, ist das dunkel. Maggie ist schon, naja, also, ich weiß nicht, die ist so, ne? Die hat viel Leben. Ja, ist langsam. Ist genauso stark wie Isaac oder so, ich hab keine Ahnung, Maggie ist so, ne? Ist Maggie halt, was soll ich sagen? Hi, Maggie, wie geht's dir? Interessiert keiner, aber dann können sie es trotzdem gern sagen. So, war da gerade ein, äh, blauer Stein? Ja, gut, den müssen wir uns merken, den holen wir uns, den stibitzen wir uns gleich. Hey, ihr kleinen Maulwürfer, oh Gott. Was packe ich denn diesmal aus, Thumbnail, Maggie? Hm, mir fällt nichts ein. Nein, wieder irgendein Screenshot oder werden wir gleich vielleicht irgendein cooles Item finden? Die Box nach dem Boss und dann nehme ich Solid Snake? Ich weiß nicht. Oh, das geht. Okay, warte mal. Knallen wir erstmal die Mistviecher hier weg. So muss das laufen, so, so, so. Ich hätte dich gerne im anderen Raum, weißt du? Ja, das ist schlau, ne? Das ist schlau. Guck mal, ich hab jetzt schon die Taktiken für Afterbuff. So. Ich hab jetzt schon die Taktiken für Afterbuff, weil da wird es ja so einen Pokoball geben, den du... ...bekommen kannst Space Item, dann wirfst ihn, bap, fängst ihn ein, bap, kannst ihn irgendwo anders rausholen und dann kämpft er für dich. Oder du lässt ihn einfach in die Luft fliegen. Ha, 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 ha. Au. Das hat weh, du Arschkuh. Du Arschkeks. Du Arschkeks. So, komm her. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Ich nehme dich gleich auseinander. So, okay, wir haben hier eine Bombe, das ist sehr schön. Aber natürlich werden wir... Oh Gott. Spider-Bud. Mass Enemy. Irgendwas. Na, ich weiß nicht, ob ich davon ein Fan bin. Verdammt nochmal. Gibt es hier irgendwie einen Zacki-Zacki-Raum? Bitte? Kann man schon, ich hab bitte gesagt. Du kannst jetzt nicht Nein sagen, Spiel. Komm schon, so herzlos bist du nicht. Ich kenn dich, Spiel. So herzlos bist du nicht. Du Doku. So, komm, knallen wir die mal weg. Alles klar. Den auch. Alles klar. Den auch. Alles klar. Au. Okidoki. Her damit, dankeschön. Boah, Leute, ich muss unbedingt mehr streamen, oder? Boah, Mann. Die Leute, die mehr subscriben. Scheiße, ey. Ich muss streamen. So, komm, 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 komm. Nicer, nicer. Auf Wiedersehen. Oh, ausgewichen. Wie ein Profi. Huah. Na los. Sehr schön. Aha, ein paar Bandages. Oh, damit kann ich nichts anfangen. Boah, voll. Nur weil Maggie ein Mädchen ist, kriegst du sowas Pinkes. Mann, das ist voll, ne? Sexistisch. Scheiße. Das war ein bisschen gefährlich. Das ist der Reinrennen in die Gegner, aber gefährlich ist mein zweiter Vorname. Huah. Ach, guck mal, das macht auch Schaden geben, ne? Das macht auch ein bisschen Schaden. Das wusste ich gar nicht, dass es jedem Schaden macht. Ich dachte, das verlangsamt nur. Oder habe ich das da nur falsch gesehen gerade? Junge, ist das ein geiler Raum. La, la, la. Weiter, 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 weiter. Na, super. Na, super. Würde ich gerne mal wissen, ob das irgendwie jedem im Raum Schaden macht. Na, wo tauchst du auf? Ist perfekt. Ich hätte mich nicht besser platzieren können. Huah. Schön vorsichtig sein, schön vorsichtig. Ups. Sehr gut. So, komm her. Gehe ich da rein? Ich glaube, ich gehe da rein. Oh, ich brauche noch für den Itemraum noch. Schlüssel. Ups. Na gut, da hier nur beschissenes Zeug drin, nehme ich das hier mit. Ich meine, die Leiter, okay. Damit kann man vielleicht irgendwas erreichen, aber... Ich weiß nicht. Ja, doch, 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 doch. Die halten jetzt weniger aus, siehste. Okay, das wusste ich nicht. Schuldig. Ich bekenne mich als schuldig. Verdammt nochmal, hier geht es gar nicht zum... Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal schnell den Boss besiegen und dann gehe ich den Itemraum suchen. Verdammte Axt, ey. Nein! Kriege ich ihn trotzdem noch? Nein! Das passiert mir irgendwie öfters jetzt, ne? Verdammt nochmal. Okay, Chaos of the Mist. Kannst du mich hier jetzt diesen Raum hier weg... ...porten lassen? Okay, komm. Haben wir gut hinbekommen. Verdammt nochmal. So. Dann habe ich jetzt Schaden bekommen. Ah, ekelig ist das. Aber vielleicht ist es im Zacke-Zacke-Raum nochmal, ne? So eine rote Kiste, die uns reinportet. Oder Goat-Head. Okay, ich habe den Mace. Jetzt bitte auf, Gott. Ich weine gleich. Ich weine gleich sehr. Okay. Immerhin, würde ich sagen. Und immerhin, ey. Das können wir jetzt in jedem Raum einsetzen. Will ich dich? Okay, komm, weil du es bist. Weil du es bist. Aber manchmal bist du verwirrend, Mann. Kannst du aber selber schon verstehen, oder? Im Shop war auch kein blaues Herzchen, ne? Boah, wie dumm. Oh, gefährlich. Guck mal, da hat es... Au, verdammt. Ich habe da jetzt nicht hingeguckt. Aber der hat es aufgehalten. Cool. Kein blaues Herzchen. Yo. Hör mal auf mit dem Schüssel. Jetzt weg hier, diese blöde Kuss auf der Mace. Weg, 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 weg. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. So, nächste Ebene. Wieder kein blaues Herzchen, was uns schützt. Das heißt, ich muss jetzt mal die Skills auspacken. Boom. Boom. Oh Gott. Können wir gleich einmal einsetzen und... Ja, Mann, guck mal, da sieht man es am besten, dass man den Schaden gemacht hat. Skaliert das mit unserem Damage? Das wäre auch gut, Mann. Das weiß ich nicht, ob das mit unserem Damage skaliert. Oh, Emperor. Wir könnten riskieren, ganz... Also jetzt schon direkt zum Boss zu gehen. Und dann haben wir halt weniger Chancen, verletzt zu werden, weißt du? Oh Gott. Das wäre es noch, wenn ich jetzt von diesen weißen Fliegen erwischt werde. Okay. Let's go. Was da drin ist, können wir ja gucken, ob es sich lohnt. Hier ein blaues Herzchen. Ha, ha, ha. Ha. Okay, erstmal alle hier wegklatschen. Erstmal alle hier wegklatschen. Verdammt, ich will die ganzen Aschgeigen hier, die kleinen Spinnis hier, die schon angeschwächt sind. Sehr schön. Danke, dass du dich abgelenkt hast, mein Kleiner. Danke, dass du dich abgelenkt hast. Sonst wäre es vielleicht ziemlich schief gegangen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Komm, da oben kaputt machen, genau. Ach, scheiße. Oh, überhaupt Grund kaputt machen, damit keine Spinn spawnen. Aber das hat ja nicht so gut geklappt. Egal. Egal, 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 egal. Danke, dass du alles auf dich nimmst, Mann. Danke, dass du alles auf dich nimmst. Du bist ein wahrer Bruder. Ein wahrer Bruder. Ah, mein Arm juckt. Oh, schön. So. Let's go. Erstmal direkt einsetzen, damit wir direkt ansprechen hier. Wow. Bloß kein Damage jetzt von diesem Mistfüchern hier bekommen. Das wäre auch nötig. Das wäre auch nötig. Sehr schön. Und du hältst auch nicht so viel aus, oder? Da bist du eine Superform. Sieht ein bisschen so aus wie einer. Große Klappe nicht dahinter. So sahst du aus. Bam. Hey, das ist ein gutes Ding, Mann, das Space hat. Und das sehe ich jetzt irgendwie mit anderen Augen, jetzt wo ich weiß, dass es auch noch Damage macht. Verdammt nochmal. 800 Stunden Spielzeit und ich lerne jetzt jetzt Items kennen. Besser später als nie, ne? Würde ich sagen, besser später als nie. Hat er es ihn erwischt? Ich glaube nicht. Junge, könntest du jetzt bitte aufhören? Könntest du jetzt bitte von uns gehen? Sehr schön. Dankeschön. Nein, die Batterie behalte ich jetzt das. Weg mit ihm. Guck mal, das erleichtert die Räume extrem, weil die schon angeschwächt sind und so. Geil-O-Matico. Geil-O-Matico. Weg mit denen. Wow, sogar One-Hit. Ich hoffe, das skaliert mit unserem Damage. Das wäre mega abgefahren. Ach, der alte Mom ist nicht da. Okay, komm. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Ich will ihn erst aufkloppen lassen und dann meine Spray-Seite mal einsetzen. Ja, Mann. Booyakazam. Komm schon Devil-Deal? Bitte. Okay. Blood Cloth. Wow, 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 wow. Irgendwann, hier soll ich noch Nein zu sagen? Und hierzu soll ich jetzt noch Nein sagen? Wir haben uns Nein. Verdammt nochmal. Scheiße. Ich hätte gerne mehr Tierschap. Aber gucken wir mal, wie viel Damage jetzt unser Team hier macht. Bäm. Okay, da waren jetzt. Da hat der Brimstone-Schrall jetzt ein bisschen nachgeholfen. Okay. Wollen wir mal nicht so sein. Und noch ein Kompass. Gut, es wird ein Messer-Run. Es wird ein Messer-Run. Hierzu kann ich nicht Nein sagen. Da. Guck mal. Da schwengelt sie hin und her. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Ui, 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 ui. Okay, so. Genug gespielt. Weg mit dem. Ich glaube, der Damage skaliert nicht, ne? Ich glaube, der Damage skaliert nicht. Wobei das Messer ja nicht so viel Damage dazu macht. Das macht einfach... Das macht selber viel Damage. Okay, komm. Könntest du bitte herkommen? Was ist das denn? Was ist das denn? Was für ein nerviger Gegner. Komm mit in meine Familie, Little Gishy. Komm mit in meine Familie. So, her damit. Danke, 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 danke. So, okay. Ähm. Gut, hinten war noch ein blaues Herzchen. Aber das brauche ich jetzt nicht wirklich. Lass uns einfach mal weitergehen in die Catacombs 2. Ja, Mann. Let's do this shit. Das ist geil, oder? Das, das. Ich glaube, ich übersteuere nicht. Ich glaube, ich habe das eckig hinbekommen, dass es perfekt ist. So, dass wir nicht auf laut finden, dass es nicht übersteuert. Ja, was? Ich habe es eigentlich hinbekommen. Mama. So. Was haben wir hier? Cool. Zweimal. Da kann man ja einsetzen, während wir hier reingehen. Mhm. Mhm. Das gefällt mir, wenn da Bomben drin sind, die für mich den Job erledigen. Oh nein. Tears down. Ah, okay. So, gib mir die Emperor-Karte. Die gefällt mir mehr. Hä, hä. Ja. Okay. Ähm, boah, das ist richtig nervig, dass da unten die Sachen sind und oben der Boss. Das ist nervig. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell los. Und holen uns. Die ganzen Sachen. Okay, ich glaube, mit dem Messer sind wir eh schneller. Okay. Hier kann man ruhig ein bisschen nachhelfen. Aber bis die Animation vorbei ist, das meine ich, da sind wir schon mit dem Messer fertig mit dem Rahmen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Okay. Mann, ich mag das Item jetzt. Verdammt nochmal. Das ist OP. Und Smartfly auch noch. Uhuhu. Mit der Batterie aber natürlich, ne? Oh, jetzt haben wir auch noch das hier. Boah. Ich kann jetzt einfach ganz schnell hier durchrushen. Bap, 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 bap. Und dann haben wir den Run fair durch. Aber dann ist er so kurz. Das ist wieder so ein OP-Run. OP-Run des Todes. Okay, die Combo ist ganz nett, aber die brauche ich halt nicht mehr. Die brauche ich halt nicht mehr. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid, Spider-Bud. Aber du hast dich als nützlich erwiesen. Das gefällt mir. Echt. Applaus. Einmal Applaus für Spider-Bud. Sehr gut. Gut. Ich hoffe, ihr habt mit applaudiert. Wenn, dann könnt ihr ihn jetzt nochmal kurz applaudieren. Left Hand. Oh, zack. Ich will da nicht hingehen, deswegen. Bord ich mich mal eben schnell hier rein. Knall ihn weg. Au. Wir sind verdammt langsam. Das ist noch das Problem. Super Bad Dutch. Ha. Okay, komm. Let's go. Ähm. Ja, okay. Komm. Machen wir mal. Vielleicht finden wir auch noch Jera oder so. Wer du weißt, wer du weißt, wer du weißt. Nein, ihr müsst auf mich. Autsch. So, sehr schön. Ähm. Da unten ist wieder alles. Meine Güte. So. Autsch. Okay, 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 okay. Den Miniboss auch noch erledigen. Oh. Ich hab aber wenig Schlüssel. Da kann ich. Darf ich mir nicht erlauben. Das darf ich mir nicht erlauben. Und ich darf jetzt nicht aus Versehen die Emperor-Karte einsetzen. Doch, kann ich eigentlich. Moment mal. Ich dachte, wir sind schon bei Necropolis 2. Hm. Jetzt bin ich durcheinander. Mein Gehirn kommt nicht mit. Hallo. Jetzt können wir die Kiste öffnen, aber... Naja, wir haben das Messer. Verdammt nochmal. Wir können uns über Cricket Set freuen, aber... Innerlich wissen wir... Unnötig. Okay, wir kriegen auch hier ganz viel Schaden. Das ist auch unnötig. Oh. Was geht's aber los hier? Jetzt macht es Spaß. Jetzt macht es sogar Spaß. Das ist jetzt geil. Das ist jetzt geil, dass wir... Geilo. Versteht ihr? Das ist geil, dass wir jetzt geilo. Hm. The Sun. Boom. Weg mit dir. Okay, das ist jetzt mega gut, Mann. Das ist richtig gut. Verdammt nochmal. Jetzt haben wir einen Triple Knife. Jetzt ist es nicht mehr so langweilig, ein Messer zu haben. Oh, scheiße. Jetzt bekommen wir hier das Brimstone, Baby. Das wäre sonst ein Schuss in den Ofen. Oh, fuck, Mann. Die sind voll schnell. Ach, der ist da hinten. Hey, hey. Nein, nein, nein. Ich, 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 ich. Ich will die Aufmerksamkeit. So. The Hermit. Hm. Ja, muss jetzt nicht sein. Dann bleibe ich lieber bei meiner Emperor-Karte. Und erspare mir die Womb-Ebene. Die Womb-Ebene, wo ich kotze muss. Alter, noch das. Aber nee, brauche ich ja nicht. Aus dem Automaten springen will ich jetzt auch nicht, weil ich will das behalten erstmal. Ich will das Geld behalten für schlechtere Zeiten. Zack. Einmal hier kurz. Eine Fettabsaugung oder eine Fettabschneidung. So. Na. Netter Versuch, aber nein. Okay, let's go. Zack. Wir können sogar jetzt in den Bospa schreien gleich und easy going. Easy going uns wieder rausporten. Verlockend. Nicht verlockend. Aber ich lasse das trotzdem liegen. So. Spreng mal. Nizza, ditza. Hier ist Cricket's Head. Und wir freuen uns jetzt alle. Juhu. Ich habe gesagt, wir müssen uns alle freuen, Leute. So. Eigentlich machen wir Damage. Mann, dieser Run ist voller Sarkasmus. Gibt es einen Sarkasmus? Menschen? Ähm. Irgendein Sarkasmus? Gibt es ein Sarkasmus-Meme? Muss mal gucken. Das kann ich aufs Thumbnail packen. Und dann die Folge. Mensch. Mensch. Ist das schwer. Zack. Zack. Ach ja. Ich will wieder Versus-Runs machen. Gegen DK, glaube ich, als erstes. Ich werde DK herausfordern. Gegen andere Leute. Und dann werde ich irgendwann gegen die Zuschauer wieder einführen. Na, Leute? Habe ich das schon erwähnt in der Folge? Weiß ich gar nicht. Ich habe nur erwähnt, dass ich mehr streamen möchte, oder? Habe ich schon darüber geredet? Über mehr streamen? Scheiße. Ah. Lassen wir noch so einen Schlüssel mit. Doch nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen Schlüssel sparen. Aber eigentlich auch nicht. Sehr schön. Sehr schön. So. Dann, äh, lass knacken. Lass mal kurz morgen wegklatschen. Oh. Oh. Und das war ja fast gefährlich. Was haben wir hier? Schauen wir doch mal direkt rein, ja? Huch. Ähm, los. Herzchen. Und jetzt kriegen wir hier Quadshot. Und wir kriegen noch einen. Ja, dann würde ich sagen, nimm mir das mit, ne? Dann sehen wir voll cool aus. Wir können auch den Bossversch machen für ein extra Item. Mein, was wollen die uns schon antun? Der weiß nicht mal, wer der richtige Gegner ist. Heilige Scheiße. So. So. He, he. Nein, nachdem man dann jetzt... Auf Wiedersehen. Da. Du als nächstes. Ich habe übrigens Schaden genommen, natürlich, um die Smartfly rauszuhauen. Richtig, so sieht es aus. Sehr schön. Junge. Weg damit. Mann, ich brauche auch echt einen Sarkasmus. Irgendwas Sarkasmus. Schellen. Schellen. Nein, der begrabt ja nicht, was Sarkasmus ist. Das ist so schwer, Fun Drills herauszufinden, herauszusuchen. Da ist ja noch einer, heiße. Ganz vergessen. Und jetzt kommt das gefährliche Herzchen gleich. So, wo ist der Letzte? Wiedersehen. Mrs. Hart, würden sie wieder herkommen? Sehr schön. Jetzt der Tod. Schnell töten. Ich nehme es mit für lustige Kombos. Ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal echt mit. Vielleicht geschieht... Vielleicht bekommen wir irgendwie eine richtig lustige Kombo halt. Lass mal versuchen. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Ja, hier sind ganz viele tolle Sachen und so. Ähm... Warte mal, wie war das? Konnte ich in Zacki-Zacki-Räume rein, ohne Schaden zu nehmen? War das so? Oh, fuck. Konnte ich in Zacki-Zacki-Räume... Ja, ich kann da nicht Nein sagen. Da konnte ich doch jetzt nicht Nein sagen, Daddy Longlegs. Ich hätte gerne immer noch Eidbeck. Aber nicht jetzt. Aber woher auch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, sehr schön. Haben wir, okay. Konnte ich in Zacki-Zacki-Räume rein, ohne zu sterben? Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem. Dann könnte ich echt abkacken. Jetzt, ey, dann wäre das echt Sarkasmus. Oh Gott, warte mal. Lassen Sie erst mal schnell Bloat töten. Sehr schön. Jetzt komm, gib mir dieses, diese Rasierklinge. Nein, leider nicht. Ah, hier das Shadow oder das? Verdammt nochmal, was nehme ich mit? Ähm. Ich glaube, ich nehme hier das Shadow mit. Verdammt nochmal. Naja, vielleicht kriegen wir es in der Chest. Vielleicht kriegen wir es in der Chest. The World. Ich will wissen, was im Zacki-Zacki-Raum ist. Ich kann einfach nicht anders. Mann, ich hoffe, wir bekommen die Rasierklinge. Das wäre mega gut. La 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 la. Okay, ich kann da rein. Alles klar. Auf, auf. Range down. Warte mal, vielleicht ist noch der Devil Deal offen. Ist der Devil Deal offen? Ich würde gerne meinen Polaroid-Effekt behalten, deswegen. Nein, er ist nicht offen. Deswegen ist es gut, dass wir kein Herzchen mitgenommen haben. Sehr schön. So, was haben wir hier? Kampfräume und alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Herzchen freiwillig mitgenommen. Ich fasse es selber gerade nicht. Oh Gott. Weg damit. Nein, 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 nein. Alter, das Herzchen ist in den Gegner reingerannt, weil ich... Wie dumm ist denn das Herzchen gewesen? Wie dumm ist denn das Herzchen gewesen, verdammt? Und abwehren. Ich muss alles mit meinem Körper abwehren. Ach du Scheiße, Leute. Ich habe da so ein kleines Problem. Egal, wir haben noch Judas Shadow. So. Okay, wir können jetzt hier rein. Der Trollhead. Warte mal. Warte mal, einen Moment. Einen Augenblick. Ich muss mich jetzt voll um das Herz kümmern hier. Ist wie so ein, keine Ahnung, wie so ein kleines Kind. Egal, die geben wir uns noch ein blaues Herzchen. Alles gut, alles gut, alles gut. So, alles super, alles toll. Verdammt doch mal. Bitte gib mir gleich den heißen Scheiß. Ich hoffe da einfach so sehr drauf, ne? Das glaubst du gar nicht. Oh oh. Sehr schön. Okay, okay, okay. Rein hier und jetzt gib mir die Rasierklinge. Bitte gib mir die Rasierklinge, das wäre so gut wieder mal. Wir würden auch so viel Damage machen. Das glaubst du gar nicht. Mist. 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 Keine Pläne könnte ich einfach nur Just for the Loots mitnehmen. Just for the Loots dann einfach sterben. Weißt du? So witzig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach. For the Moone. For the Moone, for the Simone. Nehme ich noch nicht mit, warte mal. Warte mal, ein Moment. Ich könnte mich ja nicht schon reinporten zum Boss, aber ich will halt irgendwie, vielleicht finden wir noch irgendwie. Ähm, ne? Mir bestimmt was. Die Rasierklinge. Komm, ich nehme für euch Tiny Planet mit. Gleich. Ich weiß nicht, wenn ich sterben soll. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich tue es jetzt. Komm. Jetzt komme ich in die Hölle. So, sehr schön. Jetzt sind wir nach Judas Shadow. Wer sind wir nun? Maggie oder Judas? Yeah. What the fuck? Wo sind meine Messer hin? Habt ihr es gerade gesehen? Die sind weggeflogen, weil ich geschossen habe. Und, äh, what the fuck? Haha, das ist so ein Scheiß. Wo wandten die denn hin? Die dachten sich so, nope. Wie Junge ist das Scheiße. Wie Junge ist das Scheiße. Tiny Planet mit Messer echt empfehle ich niemanden. Okay, lass mal abhauen und schnell mal den Boss besiegen. Das wird mir zu bremslich hier. Viel zu bremslich. Okay. Kein Problem. Gott, man kann auch gar nicht so treffen, richtig. Man kann ihn gar nicht treffen. Okay, lass uns aufhören hier. Genug gespielt. Ja, das war ja eine lange Folge, würde ich sagen. Tut mir leid. Wie gesagt, bis zu sehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holger. Ich meinte Oliver. Oh, Holly.